das wird ein tolles video hallo und so ein schönes dabei bist wir spielen mal wieder beam in the drive wie angekündigt spielen wir heute ein paar szenarien szenarios ja ich hatte ja dieses cube mir letztes mal schon ausgesucht praktisch das wird dieses mal spielen und deswegen spielen wir es jetzt welcome to the bmg science testing facility in klammern bla 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 you have been provided a fast cbr in lightning blue for that extra fast feel some levels feature an offroad edition of the sbr for more suspension travel muss ich mir das durchlesen vielleicht how did you get here you ask well you see funny story the bstf was having some power issues so we found this infinite energy disc to solve the energy consumption rates however turns out infinite energy is not stable at all so we need you to destroy it the energy disc is inside one of our most complex puzzle cubes so intruders could not steal it the energy disc is behind eight cubes each being a puzzle harder than the last one security reasons don't worry everyone is at the bstf believes in you only 14 people out of 14 people have died so far that is consistency you won't get it anywhere else this tutorial will introduce some basic mechanics that will implement will be implemented in the coming puzzle cubes as more mechanics feature into the cubes a quick tutorial at the start of the puzzle will inform you key information will be displayed throughout the scenario when you go through a waypoint however here's some very important information about portals and cubes there are quite a few but it's very important you understand that you understand no there are quite a few but it's very important you understand the mechanics and limits of this so make you sure you read it at least once this will be displayed in all the scenarios so you always have with them information Boxes Boxes do not constantly trigger when stationary in a deposited area. You will need to remove and move them into an area again to trigger the event. Also wir müssen Boxen finden und in Portale schubsen. Schwarze Portale können nur Boxen transportieren. Portale sind gelegt. Blaues Portal führt zu blauem Portal. Man kann durch die anderen Portale wieder durchgehen. Nicht zu schnell durchfahren. Nicht zu hart die Boxen pushen. Ja, ist was. Dann versuchen wir das mal. Wir haben unseren BTS oder so hieß der Wagen ja. Warum fahre ich nicht? Ah, ich habe noch auf Pause gedrückt. Ich dachte irgendwie fahre ich nicht. Holy fuck der ist schnell. Ich erreiche kaum meine Handbremse leider von hier. Musste ein bisschen umstellen damit hier das alles. Okay, es gibt kein Zeitpunkt. All paths are grey, but vary in width. Also alle Wege sind gleich gefärbt. Also alle grau. Aber und tschüss. Schön. Gell? Enter. Ne, vorne drücken. Nicht enter. Okay. Das sind die Boxen. Okay. Das sind die Boxen. Hier haben wir uns untergeschirbst. Smart. Hi. Okay. Das sind wir. Also Wall Open sehen wir jetzt nicht jedes Mal anscheinend. Äh. BSTR nehme ich mal. Ach übrigens wir sind im praktischen Hauptquartier und die haben unendliche Energie. Scheibe. Also wir haben irgendwie eine unendliche Energie. Scheibe. Also ja. Das ist halt seine Scheibe wahrscheinlich meinen sie. Achso das ist ein Portal. Okay. Oh okay. Das ist interessant. Äh. We did it boys. Und ja jetzt sollen wir die unendliche Energie zerstören weil sie nicht stabil ist. Man kann anscheinend nicht rechts. Also direkt nach rechts weiter. Also müssen wir jedes Mal nicht nach unten gehen. Ich bin äh das zweite. Äh. Okay. Das ist einfach nur die Information. Hier ist die erste Puzzle. However there are two things to worry about now. Äh. Äh. Hä. Ich hab keine dachte ich krieg's jetzt da drin erklärt. Ich hab durchgeguckt. Da war jetzt nix. Wir gehen einfach mal ein bisschen mehr Gas. Erster Checkpoint. Aber der bringt uns nicht. Okay. Wo ist der? Wo ist der? Ach warte mal. Jetzt hab ich mir das komplett umsonst alles am Stück durchgelesen. Also da können zwei Boxen rein. Great. Jetzt brauch ich nur noch Boxen. Ich vermute mal wir sollen erstmal durchs blaue Portal fahren und vielleicht wieder finden. Und tschüss. Die Delle macht nichts. Der fährt noch super. Ist doch nur ne Delle. Oh mein Gott alter. Why the fuck am I? Hä? Warum bin ich denn wieder? Es stand doch man soll nicht so schnell durchfahren. Was ist das? Was? What the fuck. Er hat nicht so'n Plan davon. Langsam. Oh. Fuck. Wir möchten mal kurz rum gucken. Sonst wahrscheinlich- Hä? und jetzt fahre ich jetzt wieder hoch oder was guck mal da ist noch ein grünes Portal ist doch ein sanfteren Weg runter ok da ist ein Portal das ist ja grün hätte man ja wissen können ok das mit dem Portal ist echt ein bisschen ein bisschen komisch ich weiß jetzt auch nicht ob ich das mit den Boxen richtig gemacht habe ich hoffe ich habe echt keinen Bock hier jetzt nochmal das ok dann fahren wir jetzt einfach mal zurück und gucken wo es da ist wieder hoch hoch wir machen es pro-like was hab ich gesagt was hab ich gesagt nochmal über Wohin sollen die Boxen, weh die hätten da drauf gewusst, nee ich kann sowas von Major 8, okay, das war richtig, okay wir gehen aber voll zum Fuß, ich hätte gedacht es wäre ein bisschen anstrengender, we did it, pipe moved, müssen wir jetzt wieder hoch, nein ich muss glaube ich nicht reinspringen, oder? Oh, holy shit alter, next, they may be more than if one first step to take, but some doors aren't yet open, okay, sehr poetisch, da können wir Boxen durch, da können wir durch, also fahren wir durch, Was soll ich denn hier machen, Alter, erst mal K drücken soll man anscheinend, ist das ein verfickter Looping, warum ist hier ein Looping, finden wir es heraus, warum da ein Looping ist, und fahren ihn einfach mal, Okay, der ist ja anscheinend nur, warum ist der hier, das verstehe ich jetzt nicht, noch nicht zumindest, hier ist eine Box, Okay, ich weiß, was die meinten nicht zu schnell ergeben, bis jetzt ist einfach nur Nerve aufreibend und nicht wirklich Puzzle, Tschüss, hier ist schon mal nichts, dann fahren wir wohl ins Portal rein, oder? Gucken wir zur Sicherheit nochmal da, also ins Portal und gucken, was da abgeht, Okay, das macht schon mehr Sinn, I love it, dude, Wo ist meine Box? Wo ist meine Box denn? Ich dachte, die kann mitkommen, ich versuche sie jetzt mal da raus zu holen, weil ich glaube ich brauche, Nein, okay, Alter, dann restart wir halt nochmal, Hä, warum bin ich hier, warum bin ich hier zum Dreck, hat der Checkpoint funktioniert, oder was? Hast du die Box? So ist das grüne Portal, ging sie nicht, also grün ist heute das blaue, Wir können anscheinend einfach Restart drücken, ohne dass wir diesmal alles neu machen müssen, Habe ich das mal früher gewusst, Alter? Patience ist the key Ja, ja, warum geht denn das durch die grüne Box nicht? Das war eine interessante 6 Minuten meines Lebens, auf jeden Fall, almost dann Soll ich Radnöse hin müssen? Hä? Wait, what? Also ich war mir echt sicher, dass ich hier hin muss, aber gut, dann zurück Ich glaube, das kann ich einfach durchrasen, oder? Ich habe vergessen, dass es von hinten manchmal nicht angenommen wird Ähhh, okay Bitte kommen die wieder Wow War es geschafft? Ich habe keine Checkpoint-Anzeige, bitte lass es mich geschafft haben Oh wow Oh wow Genau Untertitelung des ZDF, 2020